ich hab das able drin damit ich denn ich selten kann margot unten okay schon richtig gibt haben sie muss aufpassen meine schule die vorder jesus christus im himmel alter zehn bisschen auf dem fluss durch am selbst dort haben wir haben damit hier wir müssen ja auch der menschen irgendwie also guckt einfach dass wir aus richten das vernünftige fahrt ruster bombe hier ob es wieder gibt ja das war schlecht wir können aber auf jeden fall noch halten an die sind haltet da ich versuche zu kämpfen was habe ich denn da jetzt so verkackt jetzt kommen die langsame oder das jetzt kommt mal ein bisschen defensiver ihr fucking mongoleuts die wollen auf marco darauf kassiert das hat es ich habe bombe auf mir ich bin da fliegt wieder rein gemacht ihn haben richtig gut sex mit jetzt hinterher ist auch schon wieder drin oder ja ja drin betrifft der superpiers stirbt stirbt jetzt bitte nicht warum das meine schule vorne die sitzen alle werden das war mal absolut mein bed glaube ich am anfang eben ich muss ich glaube du darfst auch noch nach unten gehen nach unten ich muss mir das abeln vom crossbow ich darf nicht gepierced werden ich gehe unten ich gucke ich gucke die kommen oben glauben die wollen nach unten wenn du so gegen sie laufen verwirrt dann kränzt gehen nach unten ich komme zurück ich komme zurück darf nicht sterben ich bin da ist gut was jetzt gibt es noch reisen das ist richtig gestalkt was denn meine judy hat alles gefressen alles block ich bin nicht mehr danach ja ich bin ich brauche hilfe ich sterbe ja ich sitze jetzt mal näher auf dir ich muss aber weiter angreifen hier ich bin wieder auf zora gestunnt komm raus sorry pürer frost hat bombe pierce ich kann dich nicht heilen ich gehe damit raus wir können jetzt kämpfen crossbow ist nochmal gepierced crossbow ist super low marco du musst auch posten ich bin nicht in deiner range marco keine ahnung wo marco ist marco ist fein crossbow ist in ap nice marco der frost ist auch im tent der frost ist im tent ich komme vor allem gegen der tent zu euch ja da kommt gleich ein crossbow laut zurück ah der hat wie du krieg zora blau zora blau wenn du den gleich holen kannst der skippiert und gestalkert der hat protector auf sich zack sie vor sich zack sie ich bin auf probe meine schuldigung richtig kurbe bombe der oben dead kennt sie kennt sie kennt sie oben der frost der frost der frost auch gepierced ich blinke ich blinke ich hab so reißen auch nochmal gepierced christ auch nochmal gepierced komm zurück komm zurück komm zurück komm zurück ja 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 ich muss jetzt tent ich muss jetzt fucking tent ich hab alles ich hab die tasche bis oben mit absolut krassen loot okay 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 gettent und wir müssen irgendwie entdeffen es ist ich weiß ich nicht ich hab dir wieder so viel dps warum hat jeder dps ich kann ich kann das nicht alles banken ja weil der longo mit guldes anteilen spielt junge ich muss ich muss irgendwie mehr dps rausnehmen ich muss irgendwie mehr dps rausnehmen die anteilen sich auf oder lass einfach rein ne direkt rein ja 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 wir müssen das direkt pressure machen ich bin hier hin zum potzköppel auch danke ja ich muss halt eigentlich ja ich muss halt eigentlich ja ich muss halt eigentlich vorsicht zackse ich der schwert kommt zurück auf euch vorne ich hab ne judy oh my god okay wir müssen raus wir müssen raus wir müssen raus unten raus nein der fight ist vorbei lass einfach unten raus kann lass nach unten raus kann dann können wir vielleicht stehen zackse ich hab pc ne doch nicht hallo hallo ja ich ja ich ich kill den crossbow stand weiter 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 die haben alle die haben auch die haben auch nix let's fucking go auf den frost frost zackse ich pass jetzt mal ein bisschen auf dass du jetzt auch nicht stirbst block nice ja so rob hat gleich wieder exit ich bin tot alles gut alles gut für das ich bin tot frost sitz zu meinem e ich geiß den frost marco schieß ein bisschen auf sowas rum ich roll jetzt raus eh auf die auf die wir sind fein hinten kobe dann bitte ist dann setz sie auf die auch ich haus hat gift irgendwie wollen wir ja frost hat gift frost hat gift wir gewinnen hart gerade im damage ich habe mein eisblock abgebrochen alles gut erhalten halten also weg ich nehme mich jetzt mal raus der frost kassier auch richtig ich block die bombe der frost ist zu papiers jesus christus alter jesus christus alter so rob hat gift ich bin auf kreis drauf ich habe keine devs grad hörer ich bin wirklich raus ich kann damit rausnehmen weiß nicht ich laufe weg und ich habe keinen manner mehr ich glaube auch keinen manner mehr die sind auch geboßt ja bei ist auch mir noch mal es ist nichts werden ich mich jetzt einfach nicht jetzt nicht zumal sterb ich eh der wird nochmal ein holy blessing auf mir jetzt gleich wieder da ich muss wirklich muss weg der alle meine ich habe mir mit grudge am schnitt Ich prügel auf Kobi einfach rein. Auf Sora meine ich, auf Sora. Alle gepeerst, alle gepeerst. Kobi ist super low. Ich prügel auf Kobi ein. Wanns, 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 wanns. Frost, 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 frost. Kobi hat meine E. Ich hab Fortbrenn, ich blick zu dir. Kobi kann das Cleric. Ich hau wieder alles auf den drauf. Ja, die sind bei mir die bei Coop-Damage. Er ist gepeerst, er ist gepeerst. Mark auf Vorsicht. Kassni, Kassni, Kassni. Alles gut, ist nur das Schwert. Das stimmt, crossbow, crossbow, crossbow. Jinzi, 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 Jinzi. Der ist gestalkert, der ist gestalkert. Der hat schon gestunnt. Sorry. Kriegen wir einen Crossbow? Der ist vollgesaugt. Das ist crisis, das ist crisis, dem crisis. Kannst du jetzt nochmal stun? Hab ihn, hab ihn, nice. Ist halt fein, oder? Weil ich loot dir gerade. Ja, ja, ja. Hat sich vollgesaugt. Alter, ZALUT, MAN! Ey, wir werden RID. Ja. Ab und zu, aber... Wie gesagt, ich hab letztens ewig nicht mehr gegen uns gespielt. Aber früher, ja. Ja, stimmt. Alter, die dicken Achterbeutelbeulen. Haben wir jetzt alles glootet gehabt? Ich geh auf auch eine Runde rum. Ich muss mich so beruhigen. Okay. Ich bin in meinem... Aber habt ihr es gesehen? Da vorne als...